Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. November. Diese Themen sind heute für Südhessen von Bedeutung. Darmstadt ist die heißeste Stadt Hessens. Tödlicher Unfall in weiter Stadt, Lkw-Fahrer verurteilt. Bauarbeiten an der Opelbrücke dauern länger als gedacht. Darmstadt-Dieburg kann Impfzentren nicht wieder eröffnen. Land Hessen plant keine Wiedereröffnung der Impfzentren. Flug von Matthias Maurer zur ISS erneut verschoben. Heiß, heißer, Darmstadt. Die jüngste Veröffentlichung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, hat mit einem überraschenden Befund auf sich aufmerksam gemacht. In der Wissenschaftsstaat war es hessenweit am heißesten. Jedenfalls dann, wenn man zehnjährige Zeiträume als Datengrundlage heranzieht und sie mit früheren Perioden vergleicht. Somit kamen die Autoren der Auswertung zu dem Schluss, dass Darmstadt mit 20,0 Tagen als Mittelwert die heißeste Stadt Hessens ist. Für Hessen auffällig ist, dass generell die Städte im Rhein-Main-Gebiet zu den am meisten von Hitze geplagten zählen. Groß-Gerau kam in den vergangenen zehn Jahren in Mittel auf 19,2 Hitzetage, Offenbach auf 19 und Frankfurt auf 18,6. Wegen fahrlässiger Tötung eines Fahrradfahrers hat das Amtsgericht Darmstadt einen 45 Jahre alten Berufskraftfahrer zu 3.600 Euro Geldstrafe verurteilt. Vor zwei Jahren, am 1. August 2019, gegen 12.30 Uhr, war der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer in Weiterstadt an der Kreuzung Rhein- und Darmstädter Straße mit seinem 16-Tonner rechts in Richtung B42 abgebogen. Dabei übersah er nach Auffassung des Amtsgerichts schuldhaft einen 28 Jahre alten Radfahrer, der rechts von ihm in der Rheinstraße fuhr, aber geradeaus in die Rudolf-Diesel-Straße wollte. Die Fahrzeuge kollidierten, der 28-Jährige geriet unter die Räder des 16-Tonners, wurde verletzt und starb noch an der Unfallstelle. An der Kreuzung erinnert seitdem ein weiß angestrichenes Fahrrad als Ghostbike an den Unfall. An der Opelbrücke zwischen Rüsselsheim und Flörsheim werden die Arbeiten wohl noch etwas länger dauern als anfangs gedacht. Ursprünglich sollte die Brücke Mitte 2022 fertig werden. Nach aktueller Schätzung befinden wir uns im Verzug, sagt ein Sprecher von Hessen Mobil, zuständig für die Sanierung der Fahrbahn. Nach aktuellem Stand werden die Arbeiten noch bis März, April 2023 andauern. Die bisher letzte Brückenhauptprüfung im Jahr 2015 hatte laut Hessen Mobil die Notwendigkeit von Sanierungsarbeiten ergeben. Dabei muss der komplette Betonbrückenüberbau in Stand gesetzt sowie der Rad- und Gehweg auf der Brücke abgebrochen und neu hergestellt werden. Für die Fußgänger und Radfahrer wurde eine Behelfsfahrbahn eingerichtet. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Ärzte-Präsident Klaus Reinhardt, Sie alle fordern inzwischen, dass die 1. Ende September in Hessen geschlossenen Impfzentren wieder öffnen, um die Booster-Impfungen bewältigen zu können. Jens Spahn spricht davon, die Impfzentren im Stand-by wieder hochzufahren. Doch im Landkreis ist kein Impfzentrum im Stand-by. Wir können die beiden Impfzentren auf keinen Fall wieder so an den Start bekommen, sagt Landrat Klaus-Peter Schellhaas, SPD. Die seinerzeit angemieteten Räume in Pfungstaat seien seines Wissens schon wieder vermietet, nur Reinheim könnte man ad hoc wieder einrichten. Hier gibt es aber ein anderes Problem, die Zahl der Schutzsuchenden steigt wieder, sagt Schellhaas auch im Hinblick auf Afghanistan. Deshalb wollten wir uns Reinheim eigentlich dafür vorhalten, sagt er. Bevor es zum Impfzentrum wurde, nutze der Kreis das Gebäude bereits als Flüchtlingsunterkunft. Das Land Hessen erwägt derzeit aber ohnehin keine Wiedereröffnung der Impfzentren für Corona-Auffrischungsimpfungen. Diese Impfungen könnten nach Auffassung der Landesregierung auch von Ärzten übernommen werden, teilte Regierungssprecher Michael Busser am Montag auf Anfrage mit. Es gebe von den Ärztevertretungen auch keinen Druck, die Impfzentren wieder zu eröffnen. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hatte vorgeschlagen, die regionalen Impfzentren für die Auffrischungsimpfungen rasch wieder hochzufahren. Der Start des deutschen Astronauten Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ist erneut verschoben worden. Wegen eines kleineren medizinischen Problems eines der Crewmitglieder könne der Start nun nicht mehr wie geplant am Mittwoch stattfinden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag mit. Das Problem ist kein medizinischer Notfall und hat nichts mit Covid-19 zu tun. Die Gesundheit der Crewmitglieder werde weiter beobachtet. Ein neuer Startversuch sei nun frühestens am Samstag um 23.06.30 Uhr Ortszeit möglich. Um welches Crewmitglied es sich handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.